Nö Tierarzt? Gerne Mit Vanillesauce Miau Tierarzt mit Vanillesauce Karamell Mirabelle? Karamell Mirabell-Karamell Tierarzt In Vanillesauce? Nein Wir kämpfen hier gegeneinander? Nein Das hier ist super, geht alle hier in die Lagerhalle Da haben wir nämlich auf beiden Seiten zu den Türen hin Kisten, wo man sich hinterher verstecken kann Schnagerlalle Gibt's nur die zwei Eingänge? Jo Sicher? Ja, es gibt zu der Lagerhalle nur zwei Eingänge Ich weiß jetzt nicht von welcher Seite die kommen, aber früher oder später wird's hier drin sehr gut Sehr gut, vor allen Dingen sobald, ich glaub, ab Bälle 4 der Heli kommt, oder was? Und warum weißt du so gut Bescheid? Weil ich die Mission hier kenne Natürlich kommen sie von der anderen Seite Ehrlich Oder? Ja, jetzt kommt sie auch hier Der hat's aber eilig Next Kann sein, das stimmt, wie mir alle Kills klumpft Du musst schneller schießen Los, schieß Schieß doch Ja, ich seh ihn doch gar nicht Ja, dann kann ich dir keinen Kill stehen, wenn ich's höre Hahaha Full of Concentration Get down Ah Motherfucker Oh, den wollte ich gar nicht. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ne? Wenn ihr Hilfe da hinten braucht, sagt Bescheid. Joa, aber ist gerade chillig. Aber es ist krass, wie viele hier schon in der ersten Welle kommen, ne? Oh, es geht. Schalte den verbleibenden Gegner aus. Was wirst du denn? Weg. 24 Kills. Sehr schön. Was? 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 Welle, Welle, Welle. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Welle? So, jetzt habe ich einen Text. Zack. Würste, 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 Würste. Die Geld. Was für welche? Äh, gute Würste. Gutwurst. Ah. Die Blutwurst nur mit Rechtschreibfehler. Hm? Die Gastheniker Gutwurst. Oh. So, die hat ziemlich scheiße schmecken. Joa. Da bündelt sich was zusammen und irgendwie will keiner vorbeikommen. Die schreien immer so komisch. Schreibt mir nicht so rum. Stimmt. Ich möchte es hier nur zu testen. Es fällt irgendwie auf, dass das hier alles dieselben Leute sind. Alles diese Halbglatzen mit dicken Bierbauch. Joa. Das ist mir sehr ähnlich, muss ich sagen. Wir wissen jetzt nicht mal, wie Schnuppi schreit, wenn er stirbt. Richtig. Baaah. Baaah. Hast du das gerade gehört? Warmasterfucker. Alter. Vorsicht. Na gut. Groß Vorsicht. Ähm. Bei uns. Also. Vorsicht. Bleiben die denn? Ach da hinten. Hm. Jetzt trauen die sich nicht ihre Meinung oder was? Die staunen sich da. Kann ich aber verstehen. Guck mal vor. In den Eingang, was da alles liegt. Bei dem bergst du nieermaßen. Da könnte man dann auch misstrauisch werden. Die stolpern alle über ihre Kollegen. Ups. Ja genau, Charakter. Stell dich seitlich ein. Muuu. Na komm. Das Problem ist, die Munition liegt hier so weit von der Halle weg, ne? Hm. Und wir haben noch genug Waffen. Ja, ich hab jetzt schon 200 Munition verballert. Und wir sind gerade mal in Welle 2. Wie viele Wellen gibt's? Ich glaub 10. Hm. Und ich glaub ab Welle 3 oder 4 kommt der Heli. Oh, was macht mein Charakter denn da? Wir gehen das Heli runter. Oh nein, nee, das ist zu weit. Heli. Oh cool. Gefechts-MG aufgesammelt. Na, versteckt mich auch. Gefechtes-MG? Was, Geschlechts-MG? Gefechtes-MG. Hab ich verstanden. Hundert Schuss, na immerhin. Was schrauben die Leute so? Bitte keine weiteren Details, Herr Nagel. Okay. Ja, komm. Schön. Mann, Leute, ich will ich doch gar nicht, ich will den Typ dahinter der Kiste. Wir haben jetzt auch irgendwie einen neuen Taktiker, oder wir laufen jetzt nach hinten und stecken uns irgendwo im Gebüsch und warten dann. Das wäre ein richtig schöner Berg. Das finde ich sehr interessant, wie sich die Wellen total unterschieden haben. Du wirst, du wirst noch wünschen, dass es so geblieben wäre. Wir sind schon platt. Wir sind schon platt. Du kannst genau in die Abdrust steigen und einfach wegfahren. Stimmt, keiner hat gesagt, dass wir den Überlebenskampf hier anstrengen müssen. Richtig. Du wirst, du wirst, du wirst. Hallo? Hm. 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 Also zu dritt finde ich mir das jetzt ziemlich schwer vorstellen, die ganze Sache. Hm. Ja, vor allen Dingen, also nächste Runde, am besten was wir jetzt machen, nachdem die Runde hier vorbei ist, die Zwischenzeit zwischen den Runden. Irgendwer muss auf jeden Fall losrennen und den Raketenwerfer holen, weil nächster runter kommt der Heli und mit der MG wird das unerschön. Und der ist wo? Ich schätze mal Richtung eure Sicht, irgendwo. Weil da liegen die ganzen Waffen, das wird uns jetzt gleich auf dem Radar sowieso angezeigt. Ja, da liegt er. An der Kreuzung oben. Wo? Irgendwer ist direkt nebendran. Ich glaub Try ist das. Warum? Du musst einfach nur nach, nach, hier. Wo liegt der denn? Im Bus? Scheiße, ich find ihn nicht. Hier, ich hab glaub ich einen Schuss. Okay. Dann schnell wieder rein. Jetzt geh ich in die Scheine? Ja, ja. Scheine! Also gerade in der Welle, wo der Heli kommt, auf gar keinen Fall nach draußen. Warum haben wir die Seiten getauscht? Was? Nein. Also, mit Schnubbi. Ich. Ich hab mich da jetzt getroffen. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Hm. Juhu. Juhu. Dann Gleitszen oder so. Sauber. Ich bin auch schon auf 8 aufgestiegen. Da kommt der Heli. Nee, ich war doch. Oh, hello Heli. Naja, erstmal das ganze Fußvolk ausschalten, ne? Bevor unserem Heli kommt. Richtig. Es kann passieren, dass der in die Eingänge reinschießt. Aber ich glaub nicht, dass er uns hinter den Kisten treffen wird. Ja, bei uns. Wir sind sowieso erstmal sicher. Hä? Hat der? Die Leiche liegt in der Luft, ey. Das sah gerade so aus, weil die alle die gleiche Farbe haben, als ob die... Dingsen. Dingsen. Oh. Oh, du bist an Buick. Du kannst dir die hochholen. Du kannst mir vorstetzen. Du kannst mir wegnehmen. Uh. Hm. Viel fehlt nicht, ne? Äh. Hm. Boah, ich läuft jetzt noch einer rum? und der Heli fliegt. Schalt den verbleibenden Gegner aus. Ja, Heli. Meine Aufgabe. Versuch den Heli zu treffen, wenn wir ihn nicht treffen, es sind zwei Schützen drin, jeweils an den Seiten und der Pilot. Wenn wir den Pilot treffen, also nicht töten, sondern nur treffen, dann wird er irgendwann landen. Das sind unsere Möglichkeiten, die Platz machen. Ah, knapp daneben, Entschuldigung. Okay, dann... Jetzt bist du raus. Ganz knapp verfehlen. Okay. Okay, den Schützen habe ich raus. Auf der einen Seite zumindest. Okay, weeea! Yes, ich habe noch einen Ende. Sehr gut. 40. Schön. So, aufladen gehen. Ach so, ja, kacke. Ja, ich hätte nicht dran gedacht. Ich bin ja auf dem Limo-Automat. Echt? Ja. Cool. Was? Ach, stimmt, ja? Oh, können wir... Geht der? Funktioniert der? Irgendwie... Er zeigt es mir an, aber irgendwie... Tatsächlich. Aber da kann man sich ein bisschen Heilung holen. Das ist gar nicht blöd. Ja gut, ich bin jetzt sowieso voll. Aber für euch... Äh... Ach, noch was ja eigentlich ganz gechillt. Ja. 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 Auto. Warum fahren die nicht einfach mit Autos hier rein? Warum werfen die keine Granaten? Warum stellen die sich nicht einfach eine Schlange vor uns und äh... Und gar nichts? Ich glaube, das kommt sogar in einer Welle, dass sie anfangen mit Granaten werfen. Jetzt sei doch mal still. Ich hab euch bisher einen Kill gemacht, die Runde wenn überhaupt. Bye. Oh. Oh, ist die Runde jetzt wieder leicht als die davor? Hm, weiß ich gar nicht. Also es kommt auf jeden Fall irgendwann nochmal, äh... Ein Heli. Ich weiß nicht, ob das irgendwann zum Standard wird. Hm. Dann schreib dir mal ein paar Dinge, was interessant ist. Kann ich hingucken. Ja, nicht. Nur, dass man mir nicht mehr zuhört, hab ich gelesen. Na dann. Find ich sehr nett. Nicht ein Stein und Luftpost, das ist jetzt, was ich so lesen konnte. Spawns doch irgendwas. Oh, ein Schuss fast tot. Wär du? Hm. Ich hol mal grad so'n, so'n Snack. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, das kannst du ja voll vergessen. Stimmt. Cola, Müsli-Regeln und der Kram, die bringen so wenig Leben zurück. Das kannst du echt, äh, ziemlich vernachlässigen. Also mich hat's komplett aufgehört. Bei mir ist ungefähr ein Millimeter Energie dazu gekommen. Moment, hast du die aus dem, äh, Automaten hier genommen oder hast du die aus dem Inventar getrunken? Aus dem Automaten. Und ein roter Geländewagen. Buh! Ich sehe nie Autos. Mann, wir machen so tolle Sachen und die achten nicht mehr drauf. So. Hm. Ciao. Wir haben unseren Spaß. Von daher. Ich werd' zu langsam. Da liegt ein Sniper. Ich weiß nicht genau, warum man uns einen Sniper da hinlegt. Weiß ich auch nicht. Oh, was? Da sind sie eingesammelt. Oh. Okay. Mit einem Schuss. Mit einem Schuss? Das ist alles gut. Hilfe, ich, äh, meine Seite, unsere Seite ist jetzt weg, ne? Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Hat der nen Thompson? Okay, ich bin auch tot. Boah, Fark, was ist denn da jetzt passiert? Schade. Aber, 6000 Dollar. Oh, immerhin, über die Hilfenschaft. Das ist noch gar nicht. Ja, 6000. Schick.